Ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber ich wollte zwei Pakete mit euch aufmachen. Einmal habe ich von Humana Post bekommen und die, was da wohl drin ist, wollen wir mal gucken. Schere. Ich bin nämlich auf dem Weg zum Nägel machen, weil so sehen sie aus. Das darf ja nicht sein. Aber wir gucken mal schnell rein hier. So warm draußen. Was zum Lesen. Wegen Bauchweh. Und willkommen, Baby. Geburtsvorbereitung, Gesundheit. Der Anfang mit dem Baby. Und über jeden Monat steht hier was drin. Und ein Schwangerschaftsplaner. Der sieht so aus. Kinderuntersuchungsheftchen. Das ist schön. Das werden die ganzen Untersuchungen eingetragen, die ja gemacht werden müssen am Baby. Das werde ich mir alles in Ruhe durchlesen natürlich. Gut. Riesig. Oh mein Gott. Was ist das? Ich weiß nicht, warum ich. Ein Wasserball zum Aufblasen. Bei den Temperaturen, die ja das richtig ist. Und dieser Moment gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Gewinn. Oh? Ich hab gewonnen? Wann hab ich denn gewonnen? Tageselexier von Balea. Tageselexier von Balea. Cell Energy. Hautzellschutz. Tageselexier. Wie cool. Mein Katze steht hier mit der Verpackung. Ah, ich schwitze. Ein Pinsel von Ebelin. Make-up Concealer Pinsel. Wie cool. Oh Mann. Eine Zahnbürste. Hier, das ist knackervoll. Ah. Ein Anhänger von P2. Falsche Wimpern. Wie geil. Krass. Ein Rasierer. Passend zu Lela. Ein Winterkorn. Uh-uh. Die Jen. Sie schleppt die Verpackung weg. Uh-uh. Zahnpasta. Zahnpasta. Noch ein Anhänger. Ein Schlüsselanhänger. Zwei. Und ein Hip-Cross. Wie sieht denn meine Haut aus hier. Ha-ha. Milcheinschuss. Sieht man das? Nicht mal ich sehe es. Der ist schön. So. Und Nagelang. Pink. Ich habe irgendwo mitgemacht, aber ich habe gewonnen. Prima. Jetzt gucke ich mir nachher in Ruhe an. Jetzt muss ich erst mal los. Nägel machen. Fröhliches Schwitzen. Soll ich euch noch mein Outfit zeigen? Macht's gut. Tschüss.